Wo ist er? Komm, wir rufen ihn mal ganz kurz. Gib mir einen Jan! Gib mir einen Pillemann! Gib mir einen Otze! Was heißt das? Und viele von euch fragen sich, wie entstehen so viele wie Jan Pillemann aus unserem Klimakohol-Vektik? Geht doch so aus als Scheiße. Da kann ich euch mal eins sagen. Alkohol, du gibst eine sehr, sehr große Rolle. Gib Jan Pillemann Otze! La, della, la, la, la. Gib man Otze! Halt! Halt! Woa! Halt es mal, Halt es mal! Halt es mal! Halt es mal, Halt es mal,! Es Has Die Hände! Die Hände! Die Hände! Die Hände! Er kommt zu feiern, er kommt zu feiern. Er kommt zu feiern, er kommt zu feiern. Kaffee